hi leute und weiter geht es mit einer weiteren folge minecraft skyfactory 3 jetzt brauche ich nochmal hiervon jeweils einen und stimmt die anderen habe ich ja schon das hier brauche ich auch noch mal und von den habe ich ja etliche weil ich sie da rein geworfen habe dann fliege jetzt immer so über den weg weil komischerweise wenn ich über das weiter fliegt dann fängt spiel an zu lecken grund keine ahnung wieso nur da dann packe ich hier mal die mit rein das hier und das hier sorgt jetzt hier kommt das dort mit rein weil das habe ich mittlerweile auch irgendwo ein oder zwei pflanzen natur irgendwo müsste ich da hier ist eine dort dann brauche ich noch conduits die habe ich vergessen die habe ich hier verbinden wir den noch mal aber wenn ich außen entlang fliegt dann geht es auch gut den hier dran auf insert dann sollte das auch alles darin landen wenn ich das dann alles habe dann können wir für diesen resource miner endlich das mustown herstellen dazu brauchen wir hier die weins daraus können wir jetzt ganz einfach den mustown herstellen und dann fehlen mir hier noch das teil eine linse dazu brauche ich das noch mal dann kann ich die linse herstellen dann brauche ich neverack oder kein mehr herren ok und end stone den können wir auch ganz einfach herstellen den sollten wir aber vielleicht durch ludbecks haben nein sieht nicht so aus unten will ich jetzt nicht schauen das dauert nicht so lang deshalb suchen wir mal hier ist mein schwert die nahrung wo habe ich jetzt meine spitz facke hin hier drüben vielleicht ja doch ok dann gehen wir mal ins end das können wir ja hier rüber machen dann dauert es etwas bis wir endlich dort sind ok da habe ich mein home gesetzt jetzt habe ich keine ender perlen dabei ich bin noch etwas herum geflogen und habe auch irgendwann schon wieder hier unten eine ender stadt gefunden aber erst einmal müssen wir hierher damit wir den end stone abbauen können ja das fliege ich kurz hin und dann fliegen wir noch bei der ender stadt vorbei ok jetzt habe ich den end stone die ender lily habe ich auch mitgenommen jetzt sind wir hier drüben beim bei der ender stadt da nehmen wir uns doch mal hier den drechen kopf mit ich habe ihn passt dann brauchen wir uns schwert und dann schauen wir mal hier drin uns um hier oben ist nichts die dinge wenn sie einen treffen dann ziehen die einen nach oben normalerweise einen braustand können wir vielleicht auch noch mal gebrauchen irgendwann damit bin ich den auch los und jetzt klebe ich hier an der decke aber wenn ich sage ich will fliegen dann funktioniert es wieder so jetzt hat black quartz brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das gold nehmen wir doch mal mit den rest brauchen wir auch nicht und irgendwo sind hier noch welche die auf uns schießen oder wie und da ist auch noch mal irgendwo einer irgendwo hier müsste doch einer sein da da echt gut getarnt ich finde habt ihr nicht gesehen ok dann haben wir hier die end city dann fangen wir doch jetzt keine ahnung unten an würde ich sagen und arbeiten uns dann stockweise hoch können wir überhaupt rein ja dann ganz runter das ist hier ok da ist schon mal nichts dann müssen wir hier höher da geht es dann raus und jetzt sind wir ganz heroben und gebracht hat das jetzt eigentlich nichts würde ich sagen oder dann hier entlang ins nächste gebäude jetzt hat wir hören her unten ist nichts mehr dann leiter nach oben hier kommt natürlich irgendwo gleich was ja hier den sind wir los den hier den hier den hier den hier also zu glück haben wir so eine starke rüstung ansonsten wäre das glaube ich ziemlich anstrengend ich glaube wenn man direkt den in der Mitte trifft dann ist das fast instant mit der Waffe da ist noch einer kann sein dass die sich auch gegenseitig angegriffen haben weiter nach oben hier ist bestimmt auch noch irgendwo was nein hier haben wir Eisen Gold Diamond Crystals die nehme ich auch mal mit dann geht es noch höher jetzt sind wir ganz heroben da brauchen wir nicht mehr hin hier war der Ausgang oder wo es dann weiter geht von da aus da unten ist auch noch einer okay dann geht es hier weiter schauen wir mal hier kurz da ist nichts da ist nichts das ist dann eins wo wir hin müssen alles dann machen wir den da auch gleich mit und der mich nicht mehr nervt die Endermänen sind so ewig laut gut hier draußen noch was hier draußen noch was da heroben okay dann weiter nach oben sieht nicht mehr so aus es wird da noch was dann gehen wir mal innen rein und schauen uns da um da kommt der erste ansonsten ist ja eigentlich nichts in dem in der Ebene dann bis ganz hoch ich glaube das war jetzt so ziemlich umsonst weil da ist nichts mehr dann gehen wir hierher schauen uns hier drin mal schnell um ah Mist jetzt hat jedes mal wenn ich schlagen will werde ich dann getroffen das sollte es glaube ich so ziemlich gewesen sein das ist nicht schlecht gewesen Biomkostel kann man bestimmt irgendwo gebrauchen eine Endertruhe bringt mir eigentlich nichts weil doch ich habe mittlerweile glaube ich welche aber nicht die von Minecraft sondern von dem Endertruhen Mod aber ansonsten ist hier auch nichts mehr dann können wir ja weiter gehen ins letzte Gebäude oder der letzte Abschnitt ist hier drüben dann sind wir schon mal hier drin der hier weg der hier weg dann müssen wir noch höher hier war wieder nichts in dem ganzen Ding und das hier ist das Schiff dann haben wir eigentlich alles geschafft dann können wir jetzt wieder zurück gehen okay gut dann sind wir jetzt wieder zurück können jetzt gleich hier noch etwas abhaken und den Endstone hier rein weil deswegen haben wir das ganze ja gemacht damit wir jetzt dieses Teil bauen können das alles rein das hier kann mit rein der Rest muss mal wieder in irgendeine Truhe einfach damit ich wieder Platz habe von da brauche ich noch den hier den hier und was wollte ich jetzt noch das Buch als erstes können wir jetzt hier Ender City und den Drachen abhaken dann brauchen wir das hier für den Resource Miner Seite 2 24 Structure Blocks 20 Maschinen Base ok den Harden Stone Structure Block brauchen wir 24 und 20 vom anderen sind wir bei 44 und ich habe schon wieder kein Clean Stone 2 3 4 5 1 2 3 so aufteilen und nochmal da hier und hier dann wird er ja automatisch hier eingefügt ich kann jetzt nochmal 40 davon brauche ich ok die Taste brauche ich 19 21 damit kann ich schon mal die 20 Maschinen Base bauen so 3 ich habe keine Gitter mehr ok und 20 passt dann wieder Harden Stone herstellen 24 brauche ich diesmal 20 22 23 24 24 dann kann ich die herstellen 24 dann brauchen wir 2 Laser Cores und eine Clear Lens zweimal das hier und einmal das hier da brauchen wir erst das dann das dann brauche ich etwas Cobblestone am besten am besten der wird genauso groß sein 1 2 3 1 2 3 hier das Teil ran jetzt rechtsklick drauf bis es fertig gebaut ist und diesmal auch wirklich bis es fertig gebaut ist passt dann brauchen wir Kabel hier wieder bloß eines aber ich glaube ich kann die herstellen jetzt seit ich müsste noch was haben ja gut dann schließen wir das ganze doch mal an ich hoffe jetzt einfach mal das geht von der Seite euch zu faul bin es nochmal umzubauen ja es funktioniert dann brauchen wir noch eine Truhe da hier Diamond Chest irgendwo ich hole da mal ein ehrliches Ding hin meine Spitzhacke ja dann kommt hier auch der Cobblestone mal weg dann sind wir den schon mal los dann hier die Truhe mit dran dann sollte er doch automatisch in die Truhe das einfüllen wenn er was hat oder ja weil hier das funktioniert ja ganz gut ich befürchte bloß dass die Kabel nicht stark genug sind und das Solarpanel das ich genügend krieg kann ich die nächsten Konduits Konduit die hier das wären die stärksten kann ich nicht die hier im ganzen Stack passt eine Range zum abbauen auf die Schnelle ich muss das weg machen das alles hier kommt jetzt das rein dann haben wir hier unten schon mal einen höheren Input okay es ist Nacht wir haben gar keinen Input dann entfernen wir mal hier das alles hier noch weg äh jetzt hier oben entlang damit wir hier den ganzen Strom auch rein bekommen dann geht es hier runter und dann wieder hier rüber dann das Teil ran und fertig dann fliege ich kurz hier rüber zum Schlafen zwischen den ganzen Tieren wieder hier rüber und dann sollte der doch okay 00 weil genauso viel rausgesaugt wird wie rein geht aber zumindest kriegen wir hier jetzt auch schon mal Sachen und gleich dort hier drüben kriegen wir ja den ganzen Rest das nächste wäre vielleicht dass wir mal das Solarpanel auf Tier was brauchen wir für zwei bloß die das sind einfach immer bloß die höheren Tiers Schauen wir doch mal Add an Furnament hier braucht man nichts besonderes da wird das einfach bloß so geupgradet hier braucht man schon mal die größeren solche Solarpanels Vibrant Alloy und diese Stabilized Ender Perlen und für das letzte braucht man Netastars und die Solarpanels hier also die Solarpanels Tier 3 kann man ja herstellen lassen schnell das wären die da brauche ich zwei Stück und die sollte ich einigermaßen schnell haben äh falsch da muss ich hin das hier kriegt auch 1,2 und das Vibrant Alloy dazu brauche ich ja bloß Energetik Alloy sollte ich doch hoffentlich noch haben 1,2 und 1,2 das raus ups das rein und dann müssen wir das das nächste Mal umbauen das Ganze dass wir da ein größeres Solarpanel haben weil das Tier 1 bringt ja bloß 648 Tier 2 schon mal 3600 und da sind wir dann schon bei 14.000 und ich bestelle ja gerade alles her dass wir auf Tier 3 kommen können ja das ist einfach bloß ein Zwischenschritt und den haben wir dann auch gleich passt ok gut das war's aber dann wieder mit dieser Folge wenn es euch gefallen hat lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder 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 Vielen Dank.